Ja, das geht an alle, die immer gedacht haben, wir schaffen's nicht, ja? An alle, die dachten, Alter, dass wir, keine Ahnung, vielleicht untergehen oder einfach wieder aufhören. Ihr habt falsch gedacht, okay? Hier kommen wir mit voller Macht. Ja, ha, ihr Lutscherhast. Warum ich Rapper bin? Ich denk aus Liebe zu Musik, lebt das Leben wie ein Junkie. Ich fixe mir die Beats, dickit schieß, ich fülle Weed, ein Scotch und das Mike. Grab die Texte aus der Brust, aber manchmal verpeilen, ist bitte zwischen den Zeilen. Wenn du werden willst wie wir und glaub nicht, alles was du siehst, wer will schon werden wie ihr. Ich bin nur ehrlich zu dir, denn ich sag, was ich denk, für viele viel zu viel. Meine Parts sind zu crack, was der Barman nur denkt, völlig besoffen und viel. Yo, B-Rap und Dance, auf der Tour viel zu viel von dem weißen Zeug, Alk und Hartzie gemäß. Yo, Blockpartien, hier willkommen in den Garden, was du willst. Blasen, okay, aber das ändert nix, mich bekommt ihr nicht weg. Ich bin viel zu geschickt für eure Versuche, mich zu fronten und haten. Ich lass die Durftrottel reden, alter Backstein, mein Leben. Yeah, also halt mal endlich dein Maul. Uns interessiert nicht, wer du bist und letztlich ist auch, egal ob du Street bist. Denn Realness hast du nicht pitch und auch nicht das, was für den Glanz der Musik spricht. Deshalb winken wir deinen Sound und danach deine Mieze. Danach deine Mieze. Aha, yeah. Danach deine Mieze. Yeah, ah. Ey, jetzt wird unmöglich, es war wie bei Science-Fiction filmen. Oder wie bei einem Trip auf Pilzen, hier liegt Magic in der Luft. Die Hände gehen hoch und die Menge ist am Toben, weil wir Rapsche bringen. Der Float auf technischem Niveau. Lediglich fresh ist, wie er auf den gleichen Ende zu kommen. Verschlägt sich von selbst, war ein 20er-Halt. Stiftung Waren, Testsack, sehr gut. Was für lebhafte Jungs. In der Tat, Mann, wir haben Herzblut in den Patio und das merkst du. Die Mammuts räumen jetzt auf und stellen den Rack'n'Rap ein schon. Mal ihr Armutszeugnis aus. Note 6 minus Sätzen, weil 6 Kilo Peps sind niemals 6. Ganz einfach, weil 6 plus 6 niemals 6 sind. Ist doch wohl nicht so schwer wie magersüchtige Frauen. Doch wenn du von nix im Plan hast, mach dich nützlich und saug uns. Egal, auch wenn du meinst, dass wir plump sind und von Arsch rappen. Glaub mir, bald sind wir in aller Munde, so wie Zahnärzte. Yeah, also halt mal endlich dein Maul. Uns interessiert nicht, wer du bist und letztlich ist auch. Egal, ob du Street bist, denn viel niss hast du nicht, Bitch. Und auch nicht das, was für den Glanz der Musik spricht. Deshalb ficken wir deinen Sound und danach deine Mieze. Danach deine Mieze. Aha, yeah. Danach deine Mieze. Dannach deine Mieze. Untertitelung des ZDF, 2020